Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir auf meinem Kanal. Heute rede ich darüber über Diskriminierung, was mir schon passiert ist und wie ich damit umgehe. Los geht's! Wie ich mit Diskriminierung umgehe, ist eigentlich sehr cool, also da rein und da wieder raus. Mir ist es eigentlich echt egal, was andere sagen, aber mir ist gestern, wenn ihr es bestimmt seht, ist es bestimmt vorgestern, ein Vorfall passiert, der jetzt vielleicht nicht ganz so cool ist, aber einfach hinwegsehen. Ich war gestern mit meiner Freundin und meiner besten Freundin feiern und da lief immer so ein Fotograf rum und dann dachte ich und meine beste Freundin so, gehen wir einfach mal hin und machen ein Foto und dann kriegt man zu hören, er darf das nicht, er darf keine Lesben und keine dickeren Leute fotografieren, er darf nur schöne Leute für die Facebook-Seite und so. Da dachte ich mir so, Willi, nur weil man anders ist oder was, wird man, wird man so gesagt abgeschoben, man darf keine Fotos machen, nur weil man vielleicht nicht dünn genug ist oder lange Haare hat oder was. Das finde ich, ähm, das finde ich eigentlich total scheiße. Ähm, ähm, man sollte auch einfach akzeptiert werden, wenn man anders ist und nicht irgendwie sagen, nee, du bist zu dick oder nee, du bist trans oder nee, du bist lesbe. Keine Ahnung sowas, das finde ich halt einfach total scheiße und darüber wollte ich halt reden, dass ich das, ich fand, ich fand das richtig irgendwie herablassendes Reden auch von ihm, wie er gesagt hat, er darf von seinem Chef nur dünne Leute und keine Lesben fotografieren, dachte ich mir so, Willi, aber was soll man machen, verändert euch nicht, bleibt wie ihr seid, auch wenn ihr sowas schon mal erlebt habt, einfach, seht es genauso wie ich, da rein und da wieder raus und so kommt ihr viel weiter und so seid ihr auch viel fröhlicher, anstatt ihr euch jetzt nach den Leuten, Leute richtet, die euch irgendwie so hindrehen, wie sie es gerne hätten. Bleibt so wie ihr seid und dann so seid ihr perfekt. Wollt ihr mehr von mir sehen, dann abonniert meinen Kanal und bleibt schön meine Videos. Tschüss.